Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Ich wurde ganz viel von meinen Followern gefragt, ob ich nicht ein Jahresfavoriten-Video machen kann, weil sie meiner Meinung vertrauen und weil es sie interessiert, welche Produkte ich im Jahr 2018 kennen und lieben gelernt habe oder allgemein lieben gelernt habe. Ich habe hier jetzt einige Make-Up-Produkte, die ich euch gerne zeigen möchte und werde euch sagen, warum das meine Favoriten 2018 waren und werde ein bisschen was zu den Produkten sagen. Alle Produkte findet ihr in der Infobox verlinkt. Falls ihr sie kauft, kauft sie gerne über die Links in der Infobox. Das sind Affiliate-Links. Das heißt, ich bekomme dann so ein bisschen Provision. Also gönnt dem Bruder mal. Alle Produkte, die ich euch in diesem Video zeige, werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Ich kann sie zu 100% empfehlen. Bei mir funktionieren sie. Es sind auf jeden Fall ganz, ganz tolle Produkte und ich freue mich mega doll, dass ich so viele Favoriten gefunden habe. Aus manchen Kategorien habe ich sogar zwei, drei Stück. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und ich zeige euch meine Jahresfavoriten. Ich habe das so ein bisschen in der Reihenfolge gemacht, wie ich mich schminke und als erstes habe ich hier einen Primer von Marc Jacobs. Und wow, also ich habe trockene Haut. Das ist vielleicht auch für euch nochmal wichtig zu wissen bei diesen ganzen Produkten. Und das ist so ein toller Primer. Also ich zeige euch mal die Konsistenz. Man merkt richtig, dass er wirklich mit jedem Make-up, was ich bisher benutzt habe, super zusammenarbeitet. Das ist so eine, wie so eine ganz leichte Creme ist der Primer. Er ist nicht so silikonartig oder irgendwas, sondern einfach super schön. Er hinterlässt ein tolles Gefühl auf der Haut. Er arbeitet mit jedem Make-up, was ich bisher benutzt habe, super zusammen. Auch bei Make-ups, die eigentlich nicht für trockene Haut geeignet sind, ist es durch den Primer so, dass sie einfach super auf der Haut aussehen, viel weniger cakey sind und sowas. Und ich liebe diesen Primer. Er ist jetzt auch schon halb leer. Ich habe ihn mir schon einmal nachgekauft, weil er so toll ist und kann ihn absolut empfehlen. Also muah. Dann habe ich hier noch einen Primer und zwar von The Ordinary. Ich glaube, den hat Hatice Schmidt mal empfohlen. Und zwar ist das der High Spreadability... High Spreadability Flute Primer. Auf jeden Fall von The Ordinary. Ihr findet ihn ja in der Infobox. Und das ist auch ein guter Primer. Er ist jetzt nicht mein Nummer 1 Primer, wie der von Marc Jacobs. Aber es ist auf jeden Fall einer, den ich auch immer wieder nachkaufen werde, weil er gefällt mir sehr gut. Die Konsistenz ist so ein bisschen schwierig zu beschreiben. So eine Mischung aus Öl, Wasser, irgendwas. Er arbeitet auch sehr gut mit Foundations zusammen. Er hinterlässt ein sehr schönes, weiches Hautgefühl und ist im Preis-Leistungs-Verhältnis nicht zu schlagen. Also auch ein toller, toller Primer. Und das war so, doch, das war auch für mich ein Favorit dieses Jahr, weil es ist einfach gut. Und der letzte Jahresfavoriten-Primer ist vom Bäcker, der Backlight Priming Filter Primer. Ich sehe schon hier im Licht, dass er nur noch so wenig drin hat. Das heißt, ich muss mir schnell mal einen Nachschub besorgen. Das ist einer, der hat so einen Glowy-Effekt mit drin. Also ihr seht hier auch die Konsistenz wie so eine leichte Creme. Und wenn man den benutzt, er sorgt dafür, dass die ganze Haut so ein bisschen frischer aussieht. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennen kann. Ich glaube nicht. Aber es ist halt wirklich so ein Primer, dass manchmal sieht meine Haut so tot aus und so fahl und alles so grau und komisch. Und wenn ich den benutze, wirkt das ganze Make-up einfach viel frischer und wacher. Und auch wenn ich jetzt ungeschminkt bin und ihn nur so rauftue, aber ich benutze ihn meistens unter Make-up, weil es halt auch High-End nur so, um frisch auszusehen. Also ich weiß ja nicht. Und ich mag ihn sehr, sehr gerne. Und ich glaube, das ist sogar der beste Primer bisher, den ich von Bäcker habe. Ich habe auch einige andere, aber da teste ich noch rum. Aber er sorgt für ein schönes Make-up. Er macht einen tollen Effekt, wenn man halbtot aussieht und so nicht zu viel Glow, nicht zu wenig und arbeitet auch super mit Make-up zusammen. Dann habe ich hier drei Jahresfavoriten-Abdeck-Produkte. Und zwar erstens von Bäcker, der Under Eye Brightening Corrector. Den gibt es in zwei Farbtönen, aber kauft ihn euch, wenn in Rosé, in diesem Rosé-Ton. Also ihr seht, er ist auch fast leer. Ich habe mir aber schon einen neuen gekauft, weil er halt fast leer ist. Das ist wirklich, das habe ich auch von Hattische Schmidt kennengelernt. Das ist so ein, ich weiß nicht, du packst ihn, egal ob du geschminkt bist, ungeschminkt bist, unter deine Augen und siehst viel frischer und wacher aus. Durch diesen Rosé-Touch passt er wirklich zu den meisten Hauttönen und ist einfach eine super Investition, weil er sorgt dafür, dass du nicht so tot aussiehst. Er kaschiert deine Augenringe nicht komplett, gerade bei mir. Ich habe Augenverfärbung. Aber er sorgt dafür, dass du einfach wacher und frischer aussiehst und ist deswegen ein super Produkt. Ebenfalls zum Abdecken, auch von Becker, habe ich hier den Backlight Target Blablabla Corrector in Papaya. Das ist so ein roter Corrector, den packst du auch unter die Augen, gerade bei dunklen Verfärbungen. Manche machen das ja, dass sie Lippenstift und so dahin packen. Na, weiß nicht, finde ich nicht so gut. Auch von der Konsistenz und alles. Und ich habe schon viele rote Corrector gehabt, aber der gefällt mir am besten von der Konsistenz, vom Einarbeiten, weil man muss halt bedenken, Du nimmst so ein rotes Zeug, packst es dir hier hin, arbeitest es ein und wenn du schlecht machst oder das Abdeckzeug nicht gut ist, mischst du deine Foundation mit rotem Scheiß. Also ist mir auch schon passiert bei schlechten Produkten und den hier mag ich einfach super gerne. Er ist super von der Konsistenz. Man kann damit echt schön diese Augenringe abdecken. Danach arbeitet man halt mit anderen Produkten, aber das Rot sorgt dafür, dass so gerade ganz dunkle Augenringe und so richtig heftig abgedeckt sind. Also er überdeckt das, aber man muss es natürlich auch sehr gut einarbeiten, womit wir zum nächsten Favoritenprodukt kommen. Beautyblender. 20 Euro für so einen scheiß Make-up Schwamm ist so teuer, aber ich habe schon alles mögliche probiert. Real Techniques, Drogerie, alles mögliche und ich fand nie ein Make-up Ei so gut wie den originalen Beautyblender. Ich glaube, wenn man sich nicht so oft schminkt wie jemand wie ich oder nicht so eine Leidenschaft dafür hat, reicht auch so ein Make-up Ei aus der Drogerie. Aber ich persönlich schwöre auf den originalen Beautyblender und habe es dieses Jahr auch immer wieder gemerkt, als ich andere Make-up Schwamm Eier getestet habe, dass der originale einfach der beste ist. Du machst ihn feucht, drückst ihn immer wieder aus und arbeitest dein Make-up damit ein. Manchmal sprühe ich auch Fixing Spray drauf und arbeite es ein und es ist ein ganz anderes Bild, ob du Make-up nur mit dem Pinsel rauftust oder nur mit den Händen oder mit so einem Make-up Ei einarbeitest. Und Must-Have habe ich auch mehrere von, werde ich mir immer wieder nachkaufen, auch wenn 20 Euro arschteuer sind. Ich meine, manchmal ist er im Angebot, aber meiner Meinung nach lohnt er sich einfach, weil es ein ganz anderes Bild ist, ob du den benutzt oder halt nur Pinsel oder sowas. Dann habe ich als Concealer hier einen von MAC. Das ist ja, da müsst ihr natürlich gucken, welche Farben ihr habt. Ich habe online nach Swatches geguckt. Das ist von MAC Studio, der Waterweight Concealer und ich habe eine sehr trockene Haut. Ich habe hier, seht ihr, alles Falten unter den Augen, sehr trockene Stellen und alles. Und das ist für mich der beste Concealer, weil egal welchen Concealer ich benutze, er rutscht in die Fältchen mal mehr, mal weniger, trotz transparenten Puder und allem. Aber der arbeitet einfach am besten bei mir. Das ist der beste Concealer, den ich kenne für trockene Haut. Und ihr müsst ihn vorher gut schütteln. Er hat eine sehr, sehr flüssige Konsistenz. Super Concealer bei trockener Haut. Mag ich mega, mega gerne. Womit wir auch zu Foundations kommen. Von MAC die Waterweight Foundation. Ich habe mir, als ich nichts wusste, mein ganzes Erspartes genommen, auf den Kopf gehauen und von MAC alle Foundations, die sie haben, Pro Longwear, Blast, Studio Fix und sowas in meinem Ton gekauft, bis ich gemerkt habe, die sind gar nicht alle für trockene Haut geeignet. Und die Studio Waterweight Foundation ist mega toll bei trockener Haut. Man kann sie sehr, sehr, sehr schön aufbauen. Man hat ein schönes Finish damit. Man kann gut abdecken. Sie ist nicht zu schwer. Sie ist nicht zu leicht. Du kannst damit einen 50 Kilo künstlichen Look machen, wenn du aufbaust. Du kannst ein ganz leichtes Make-up machen. Und das ist eine meiner absoluten Lieblings-Foundations, auf die ich immer wieder schwöre. Je nachdem, möchte ich ein leichtes Tages-Make-up, möchte ich ein krasses Feier-Make-up. Aber ich mag sie sehr, sehr, sehr gerne. Dann die zweite Foundation, die ich dieses Jahr kennengelernt habe und liebe. Obwohl sie nicht für trockene Haut geeignet ist, wird so gesagt, ist von Fenty Beauty, die Pro Filter Foundation, also von Rihannas Marke. Man muss wirklich mit einem guten Primer arbeiten und sie sehr gut verteilen und aufbauen. Wenn man zu viel davon nimmt, wirkt sie schnell cakey. Aber wenn du jetzt einen guten Primer hast, wie zum Beispiel dieser Marc Jacobs Primer für trockene Haut oder einen anderen, je nachdem, was man halt gerne mag und nutzt, ist das eine richtig schöne Foundation. Die sieht richtig flawless aus. Teilweise wurde ich angesprochen, ey, was trägst du für eine Foundation und so. Ich denke so, erzähle ich dir sofort. So, hat mich mega gefreut. Also die Fenty Beauty Foundation, echt cool. Ich habe die live in Paris bei Sephora gekauft, weil per Swatches ist es sehr, sehr schwer, finde ich, seinen richtigen Ton zu finden. Ich habe ihn Gott sei Dank gefunden. Ja, ich mag die einfach richtig gern und freue mich, dass ich einen passenden Primer gefunden habe. Ich benutze da verschiedene, aber immer so Marc Jacobs, Smashbox, also welche für trockene Haut, damit das gut damit arbeitet, aber auch eine sehr schöne Foundation, die ein richtig tolles Finish hinterlässt, sich schön verarbeiten lässt und sehr, sehr ergiebig ist. Dann, das letzte Foundation-Ding, habe ich hier, das war so ein kleiner Geheimtipp von so einer MAC-Verkäuferin. Das ist von MAC Studio Du Face & Body Foundation in der Farbe Medium Deep Pearl. Und das war so ein kleiner Geheimtipp. Ich, wenn ich meine Foundation und so drauf habe, Concealer und den ganzen Kram, nehme ich ein bisschen hiervon auf meinen Handrücken, nehme so ein Stibling Brush und verteile das nur und ich zeige euch das mal. Die hat so ein, ganz, ganz wenig nehme ich nur, ne? Und die hat so einen schönen, glowy, braunen Finish. Also man sieht dann wirklich so aus. So richtig fresh und sonnengeküsst. Ich weiß nicht, ob ihr es hier sehen könnt. Ich nehme dann so ein Stibling Brush, verteile die und dann arbeite ich es nochmal mit einem Beauty Blender ein. Ich glaube, das sieht man jetzt leider nicht so auf der Hand. Aber man sieht danach so richtig frisch und glowy aus. Also wenn ihr so ein bisschen in die Richtung von meinem Hautton geht, ich habe bei MAC NC35 oder so einen olivfarbenen Ton habt oder sowas wie ich, ist das ein tolles Ding, was wirklich so ein Make-up-Topper ist, welcher frisch und sonnengeküsst aussehen lässt. Dann habe ich hier zwei transparente Puder, die ich dieses Jahr das erste Mal benutzt habe, die ich liebe, die so heftig sind. Einmal ein gepresstes Puder und zwar ist das von Wonder 2, das Perfect Selfie Puder. Das war ja ganz, ganz viel hier auf Instagram und Facebook mit so Werbung. Also ich habe auch schon, okay, ich habe auch schon sehr, sehr viel davon benutzt. So sieht das aus und das ist halt, es sieht halt sehr abgenutzt aus. Es ist so ein gepresstes, loses Puder und wenn du das drauf machst über deine Augen, geht der Concealer halt nicht so in die Ritzen, wenn du es vorher schön bearbeitet hast. Wenn du es über dein Gesicht machst, sieht dein Make-up viel, viel schöner aus, viel mehr so nicht cakey, flawless, so richtig so, so ebenmäßig. Also das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Fixing Puder. Das mag ich richtig gern. Werde ich mir auch immer wieder nachkaufen, weil ich mag so gepresste Puder sehr gerne. Aber ich habe auch ein loses Puder gefunden, das ist so heftig, die gießt. Und zwar auch von Marc Jacobs das Blablabla Invisible Finish Line Puder. Das ist ein loses. Es hat einen sehr angenehmen, ganz leichten Kokosgeschmack. Das hat hier so ein Netz zwischen. Das finde ich sehr, sehr gut. Es hat so einen ganz leichten, gelben Stich von der Farbe, vom Puder. Und wenn ich das in meinem Gesicht verteile, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht zu viel nehme, aber das Netz finde ich schon sehr gut. Diese losen Puder ohne Netz, sie gehen mir immer so auf die Nerven. Dickies, wenn man das drauf macht, ich habe auch schon ein zweites hier. Wenn das leer geht, ich brauche direkt Ersatz. Wow, dein Make-up sieht so wie bei einer Puppe aus teilweise. Also wirklich so wow. Wow. Ich war so froh, dass ich das gefunden habe. Und ein transparentes Puder passt ja zu jedem Hautton. Egal, ob du gerade ganz hell bist, der zuguckt, oder ob du ganz dunkel bist. Und das ist so ein gutes Puder. Das hat mich null enttäuscht. Also Props an Marc Jacobs. Korrekt, dass er Make-up rausgebracht hat. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Da muss man gucken. Also je nach Laune benutze ich das oder das. Also das ist immer verschieden. Aber ich kann beide transparenten Puder absolut empfehlen. Einfach zum Abmattieren. Ich glaube, bei fettiger Haut sind die auch fresh. Oder einfach nur um zum Fixieren und so. Also wirklich wow. Dann habe ich hier eine, wie heißt das? Konturpalette. Und zwar ist das von NYX in der Farbe Fair. Fair ist eigentlich viel zu hell für mich. Aber ich habe sie auch in anderen Farben und finde Fair einfach am besten. Guck mal, hier habt ihr nochmal den Vergleich mit Light. Und da finde ich den Ton schon fast zu dunkel zum Konturieren und nehme ihn als Bronzer. Aber ich mag hier den gelben Ton sehr, sehr gerne. Und bei Fair ist es halt wirklich so, der Highlighter, keine Ahnung, ist jetzt nicht so spannend. Ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Also für mich persönlich nicht reizvoll. Da habe ich genug andere Highlighter. Aber wenn ich so einen richtig schönen, künstlichen Look nehmen will, nehme ich dieses sehr helle Puder, um hier die Contour zu betonen. Und der Ton da drin ist sehr, sehr gut zum Konturieren. Er ist sehr aschig. Du kannst schön dein Gesicht damit modellieren. Und doch, man, weil die anderen Farben sind mir viel zu warm von den Konturierpudern in diesen NYX Paletten. Und meistens mag ich die meisten Konturpaletten, weiß nicht, die sind immer so schwierig. Das muss ja zu so vielen Hauttypen passen und so. Aber die gefällt mir richtig, richtig gut. Werde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen, weil ich konturiere am liebsten mit diesem Ton. Und je nachdem, ob ich einen sanften, so ganz leicht mein Gesicht modelliert haben möchte, nehme ich halt einen anderen Unterton oder so einen richtig geilen künstlichen Look, weil ich halt dunkler bin, dann nehme ich diesen hellen. Aber zum Konturieren schwöre ich auf diese NYX Palette. Dann habe ich für Lidschatten, ich habe dieses Jahr meine Liebe zu Lidschatten kennengelernt, als Lidschatten Base nehme ich ganz oft Concealer oder so, aber am liebsten nehme ich von MAC den Pro Longwear Paint Pot. Und der ist so ergiebig, Diggis. Das ist so ein Rosé Ton. Ich habe Painterly, ich habe auch so einen anderen in so eine Richtung gelb. Aber Rosé Ton, du kannst so toll mit Lidschatten drauf arbeiten. Du musst es halt drauf tun, einarbeiten mit einem Beauty Blender, transparentes Puder und du hast eine wunderschöne Base, um Lidschatten zu bearbeiten, durch den Rosé Stich. Siehst du auch noch fresh aus, also beste Lidschatten Base ever. Dann, Diggis, habe ich hier als mein persönliches Favoriten Augenprodukt ein Lidschatten von MAC. Das ist der Lidschatten Concrete. Das ist so ein dunkles, mattes Braun. Ihr wisst, ich habe sehr, sehr problematische Augenbrauen und verkacktes Microblading und muss da immer nachmalen und nachzeichnen. Und ich habe alles probiert. Dipromades, Augenbrauenstifte und sowas. Und alles war zu hart. Aber mit so einem Puder kann ich sehr, sehr gut arbeiten. Und diese MAC Farbe passt gut zu mir. Die habe ich jetzt gerade auch drauf und arbeite da einfach am liebsten mit Puder bei meinem Augenbrauen, bei meinen Augenbrauen, mit diesem MAC Lidschatten. Dann habe ich hier von Maybelline so einen Mascara-Primer. Den tue ich gerne drauf. Ich mache dann eine Wimpernzange, pushe meine Wimpern nach oben. Ich habe nämlich gerade kurze Stummelwimpern. Benutze dann diesen Primer von Maybelline und danach tue ich normale Mascara drauf. Und die Wimpern sind dadurch viel, viel länger, viel schöner im Ganzen. Und ich mag das sehr, sehr gerne, diesen Maybelline Lash Primer. Normalerweise halte ich nicht so viel von diesen weißen Primer-Dingern. Aber den finde ich richtig, richtig gut und deswegen kann ich ihn auch sehr empfehlen als Mascara vor der richtigen Mascara. Dann als zweite Mascara, die ist sogar fast schon leer, habe ich hier von MAC eine. Und das ist im Moment und seit vielen Monaten meine absolute Lieblingsmascara. So eine Bürste hat sie. Und die sorgt wirklich dafür, dass du einen schönen, schwungenen Wimpern hast. Sie sorgt für Volumen und Länge. Und das mag ich richtig, richtig gern. Ich mag die Bürste auch sehr, sehr gern davon. Und das Ding ist, du kannst die Mascara auch drauf tun, wenn du schon so Mascara drauf hast, wie ich jetzt. Sie macht deine Wimpern länger, voluminöser und deswegen ist das meine Lieblingsmascara, die ich eigentlich immer benutze, außer ich teste gerade eine andere. Dann habe ich hier einen Kajalstift von Wonder 2. Das ist so ein roter Ton. Ich zeige ihn euch mal. Und das ist ein richtig, richtig toller Kajalstift. Also ich habe schon so viele getestet. Waterproof und Schmierfest und Wischfest. Da war gar nichts Schmier- und Wischfest. Aber die hält wirklich was aus. Ich habe jetzt noch nicht geweint, als ich sie drauf hatte. Aber ich habe schon so 18 Stunden ein Make-up mit diesem Kajalstift drauf gehabt. Und es ist nicht krass verschmiert. Es ist nicht krass in die Falten gerutscht. Es ist da geblieben, wo es sein sollte. Und ich werde mir viele weitere Farben davon holen. Die habe ich geschickt bekommen zum Testen. Das waren so verrücktere Farben. So dunkelrot, blau, grün und sowas. Aber ich werde mir die normalen Farben auch nochmal holen. Braun, schwarz, was weiß ich. Weil dieser Superstay-Liner ist wirklich der beste Kajal, den ich bisher getestet habe. Und wirklich Schmierfest und sowas. Also der ist hammer toll. Ich habe sogar noch einen zweiten Kajal gefunden. Der ist fast so gut wie der von Wondertoo. Und zwar von Maybelline. Das ist so ein Gel-Kajalstift. Hier seht ihr das so zum rausdrehen. Und der ist echt toll. Ich habe dann gerne so wie hier Kajal drauf. Der hält auch sehr, sehr viel aus. Also wenn ich feiern gehe, hier steht auch waterproof. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber wenn ich feiern gehe, habe ich den gerne drauf. Weil er hält wirklich so, guck mal, so wie jetzt. Das habe ich jetzt so seit vier Stunden ungefähr das Make-up drauf. Hat jetzt noch nicht so viel zu sagen. Aber ich habe schon so viele Kajalstifte getestet. Von krassen High-End-Sachen, wo sie wirklich 30 Euro oder was weiß ich kosten, bis Drogerie. Und auf diese beiden Kajalstifte schwöre ich. Dann habe ich hier einen Liquid Eyeliner. Und zwar auch von Maybelline. Den fand ich erst ein bisschen komisch, weil er halt so schräg ist. Aber guck mal, so sieht die Spitze davon aus. Und damit kann ich sehr, sehr gut arbeiten, wenn ich einen Winged Eyeliner mache. Deswegen gefällt er mir sehr gut. Ich habe sehr viele Liquid Eyeliner. Und da waren wirklich viele enttäuschend. Der hier, das ist jetzt ein Swatch auf meiner Hand, ist nicht, die sehen leider nicht so farbintensiv aus, weil ich ihn halt schon sehr, sehr oft benutzt habe. Aber es ist ein gutes Schwarz. Es ist ein deckendes Schwarz. Du kannst durch dieses Schräge, wenn man damit arbeiten kann, gut arbeiten. Es ist eine sehr gute Spitze, wenn man einen Winged Eyeliner machen möchte, wenn man fein arbeiten will. Und das ist auch so ein richtiger Favorit, den ich dieses Jahr kennengelernt habe und sehr gerne benutze, wenn ich einen Winged Eyeliner mache. Dann habe ich hier ein Liquid Lipstick. Und das ist wohl einer meiner All-Time Favorites. Das ist von Maybelline Superstay24, bla bla bla. Und ich habe davon sehr, sehr viele. Ich glaube, ihr seht die so ein bisschen da hinten. Es ist unscharf. Ich habe eigentlich alle Farben, die es gibt und auch aus dem Ausland welche. Das ist ein Liquid Lipstick. Der hält alles aus. Fettiges Essen, Knutschen, Hühe, Schmierfest, Reibefest. Also ich habe gerade die Nummer 820 drauf von denen. Und das ist ein Liquid Lipstick, auf den es einfach verlass, weißt du? Guck mal, so sieht der Applikator aus. Ich arbeite immer ohne Lip Liner. Ich kann super damit arbeiten. Man muss halt aufpassen, wenn man ihn aufträgt und seine Lippen schief malt, muss man schnell korrigieren. Weil wenn er getrocknet ist, geht er sehr, sehr schwer ab. Aber manche fragen auch, wie man ihn abbekommt. Ich benutze immer von The Body Shop so The Camomile, irgendwas zum Abschminken. Müsst ihr mal gucken, Ellen Helo Abschminkroutine. Da zeige ich das. Ich habe Digis, egal ob bei 25 Grad, ob im Kalten, ob beim Feiern, dieser Liquid Lipstick hält alles aus. Und wenn ich weiß, ich brauche einen Liquid Lipstick oder einen Lippenstift, auf den verlass es, dann nehme ich den. Ich habe natürlich auch andere Marken so, weil manche Farben haben die halt nicht, wie Türkis oder sowas. Aber das ist der beste Liquid Lipstick von allen Marken, die ich kenne, von High-End bis Drogerie. Und den kriegst du halt auch in der Drogerie. Das ist halt wirklich toll. Also der ist so gut. Die haben mittlerweile eine andere Formulierung, dass man ein, zwei Schichten drauf machen muss, ist, dass er nicht mehr so deckend ist wie vorher. Das fand ich ein bisschen schade, aber er ist immer noch einfach der Beste von allen in der Haltbarkeit, in der Farbe, vom Applikator und allem. Machst du drauf, lässt du trocknen, packst diesen Fettstift halt, ein Labello drüber und danach kannst du diesen Labello drauflassen, hast halt so ein glänzendes Finish oder tupfst du mit dem Tuch ab, hast halt ein mattes Finish, aber bester Liquid Lipstick ever. Dann habe ich von Maybelline so ein Ding gefunden. Das ist jetzt in Dark Brown. Das gibt es auch in Transparent. Das ist halt so, guck mal, so sieht das aus. Das ist so eine Augenbrauenbürste, weil manchmal hat man so Augenbrauenhärchen, hier oben siehst du eins, die in so eine doofe Richtung gehen und dann nimmst du halt einfach dieses Ding, da ist da so eine ganz leichte Farbe drauf, außer du nimmst es in Transparent, und bürstest deine Augenbrauen schön in Form und dadurch sind deine Haare nicht so, weißt du, eine Augenbraue steht dahin, eine so. Und das mag ich sehr, sehr, sehr gerne von Maybelline und benutze ihn auch immer wieder, weil meine Augenbrauen ja sowieso ein ganz schwieriges Thema sind. Und kann diese Sculpting Brow Mascara sehr, sehr empfehlen. Wir kommen langsam zum Ende, meine lieben Freunde. Das hier ist aber nur Teil 1. Es gibt noch einen Teil 2 meiner Jahresfavoriten mit Highlightern, Paletten und Kosmetikpflegesachen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu meinen Fixing Sprays und meinen Favoriten dieses Jahr. Als erstes, das kannte ich gar nicht, habe ich dann kennengelernt, von MAC so ein Skin Hydrating Mist. Das ist so ein Zeug. So, was steht da? Feuchtigkeitsspendendes Spray. Das benutze ich manchmal sehr, sehr gerne vor dem Make-Up oder jetzt, wenn ich möchte, dass mein Make-Up ein bisschen frischer aussieht, sprühe ich das drauf und das ist super bei trockener Haut. Du kannst es immer wieder zwischendurch benutzen, besser als bei Fixing Sprays, um dein Make-Up nochmal aufzufrischen, damit alles nochmal so ein bisschen miteinander verschmilzt und flawless wird. Und das ist einfach... Das hat mir echt oft den Arsch gerettet, wenn ich 10 Stunden Make-Up drauf hatte, spontan nochmal weg musste und das alles ein bisschen auffrischen wollte. Super Zeug. Dann ein Fixing Spray, das ich eigentlich immer benutze, wenn ich mich schminke, ist von MAC Prep & Prime. Das ist auch so ein absoluter Favorit. Ihr seht, es ist fast leer. Ich habe es auch in anderen Ausführungen. Das kriegst du mit einem goldenen Finish am Ende, mit einem Rosé, mit einem Matten. Und das benutze ich ganz verschieden. Entweder komplett, bevor ich mich schminke, überhaupt sprühe ich es drauf als Vorbereitung oder ich sprühe es während dem Schminken auf meinen Beauty Blender, um es nochmal krasser, besser einzuarbeiten. Und wenn ich mich fertig geschminkt habe, sprühe ich als erstes dieses Fixing Spray drauf. Es hat nicht eine extrem krasse Haltbarkeit. Also es sorgt nicht dafür, dass du jetzt irgendwie dein Make-up, dass es 15 Stunden hält. Es ist okay von der Haltbarkeit, aber es sorgt dafür, wenn du jetzt geschminkt bist und alles noch so ein bisschen komisch ist, du sprühst es drauf und dein Make-up verschmilzt miteinander. Wow! Also es ist so richtig so wow. Weißt du, wie ich weiß? Ich kann es nicht beschreiben, aber es verschmilzt miteinander und hat nochmal ein ganz, ganz anderes Bild. Womit wir zu meinem letzten Jahresfavoriten kommen. Das benutze ich dann als zweites Fixing Spray, wenn ich möchte, dass mein Make-up richtig lange hält. Und zwar von Urban Decay All Nighter. Das hat nicht so einen Effekt, dass dein Make-up krass miteinander verschmilzt und du ein heftiges Finish und Ergebnis hast. Aber ich benutze halt, wenn es wirklich drauf ankommt, wenn ich weiß, okay, dieses Make-up trage ich heute 16 Stunden oder gehe damit feiern und, und, und. MAC immer, damit es schön miteinander verschmilzt und dann Urban Decay All Nighter. Digga, dein Make-up hält. Also ich habe damit schon 10, 15 Stunden. Ich war damit feiern, habe verrückte Nächte gehabt, habe alles möglich. Also das ist so ein gutes Fixing Spray und die Kombi von beiden ist so wirklich so, so mein, mein heiliger Gral bei Fixing Sprays. Weißt du, wie ich meine? Also das mag ich richtig gern und habe dann wirklich ein Make-up, was sehr, sehr lange hält. Natürlich kommt es nicht nur aufs Fixing Spray an, so, dass dein Make-up ewig hält. Da gehören ja auch viele Schritte davor dazu, aber das ist so meine perfekte Kombination. Ja, Digis, das waren jetzt sehr, sehr viele Sachen, aber ich habe dieses Jahr auch sehr, sehr viel Make-up getestet. Ich habe mein Gespartes meistens dafür ausgegeben und viel für euch getestet, weil ich ja viel mit dem Kanal dann weitergemacht habe und sowas und habe halt tolle Sachen kennengelernt. Das sind so meine Make-up-Jahres-Favoriten. Die habe ich alle dieses Jahr richtig kennengelernt. So manche Sachen kannte ich von früher, so MAC Fix Plus oder so, aber nicht so intensiv, so dass ich jetzt wirklich sagen konnte, oh, heftig oder Beauty Blender kannte ich auch lange, aber die anderen Sachen habe ich alle dieses Jahr kennengelernt und kann sie mega empfehlen. Ich feiere sie. Ich werde mir alle diese Sachen nachkaufen, wenn sie leer sind, weil bei mir funktionieren sie einfach super und sorgen dafür, dass ich ein schönes Make-up habe, dass ich ein Make-up habe, was lange hält und, und, und. Ich bin sehr gespannt, wenn ihr welche von diesen Produkten kennt, schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Wenn ihr welche davon kauft, aufgrund meiner Empfehlung, schreibt mir gerne, wie eure Erfahrungen sind. Wenn ihr sie kauft, unten in der Infobox sind alle Links dazu und ja, Digis, das sind meine Make-up-Fa- meine Make-up-Jahres-Favoriten. In Teil 2 werdet ihr Pflegesachen sehen und Highlighter, Lidschatten, Paletten und sowas alles. So viel dazu. Und dann bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare. Lasst mal einen Daumen nach oben auf, korrekter Bruder. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr auf eure Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.